Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Six Five Goons' Cash Me If You Can Six Five Goons sind zwei junge Rapper aus Berlin. Im Mai 2020 erschien mit Your Local Finesa das erste Mixtape der beiden. Jetzt steht das erste Album der beiden an. Cash Me If You Can beinhaltet 13 Tracks. Features kommen von Lucio, Nisi und Osama. Das Album kommt über 2Live Entertainment und erscheint als CD und auch als Bundle. Katja Krasavice, Eure Mami Das letzte Album von Katja Krasavice, Boss Bitch, erschien im Januar 2020. Fast genau ein Jahr später folgt nun das zweite Soloalbum der 24-Jährigen. Eure Mami kommt mit 14 Tracks und beinhaltet Features von Elif und Flair. Das Release kommt über Katja Krasavice und erscheint als CD und auch als Box. Jail, mehr hungrig als satt. Im Mai 2019 erschien mit Gosnail Oquenz das Debütalbum von Jail. Im Februar 2020 erschien dann noch die EP Jailbreak. Jetzt steht das zweite Soloalbum des Hamburgers an. Mehr hungrig als satt beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von BK, Disaster und Haze. Das Release kommt über Hamburg Crime und erscheint als Box. Johnny Katarsis und He Might Be Nostromo Johnny Katarsis ist neben seiner Tätigkeit als Rapper auch noch als Buch- und Gedichteautor aktiv. Gemeinsam mit dem Produzenten He Might Be kommt nun das neueste Machwerk der beiden Leipziger. Nostromo kommt mit 12 Tracks. Features kommen von Nomadic und Shanti Natural. Das Release kommt über das Label mit dem Hund und erscheint als Vinyl. Damon Wutstoppen Damon ist seit 2007 aktiv und wurde vor allem durch Battle-Turniere wie dem VBT und der JMC bekannt, wo er 2016 den vierten Platz belegte. Im Mai 2019 veröffentlichte er seine erste EP Hellboy. Nun kommt das erste Soloalbum von Damon. Wutstoppen beinhaltet 14 Tracks. Features kommen unter anderem von Gary Washington, Johnny Dixon und Say It. Das Release kommt über KRB-Mode und erscheint als Box. Antifuchs Antifuchs zurück im Fuchsbau Und über Wolfpack Entertainment und erscheint als Vinyl und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.